Bist du bereit, in die Welt der generativen KI einzutauchen und deine Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Herzlich Willkommen zu Generativer KI mit Python. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich heiße Bert Gollnig und habe einen Hintergrund in Luft- und Raumfahrtechnik sowie Volkswirtschaftslehre. Aber mit Data Science und generativer KI habe ich meine Leidenschaft gefunden und bereits bei namhaften Firmen Erfahrungen gesammelt. Jetzt freue ich mich, in dem Bereich mein Wissen weitergeben zu können. In meinem Kurs Generative KI mit Python lernst du alles, was du brauchst, um zukunftsweisende KI-Anwendungen zu entwickeln. Ich nehme mich mit auf eine Reise durch die neuesten und spannendsten Technologien, die die Welt der künstlichen Intelligenz revolutionieren werden. Ich stelle dir auch die neuesten Tools vor, die aus der Welt der generativen KI kommen und ich werde dir zeigen, wie du sie in deine Projekte integrieren kannst. Du wirst auch lernen, wie Sprachmodelle arbeiten und verstehen, wie Vektordatenbanken funktionieren, um große Mengen unstrukturierter Daten effizient zu behandeln. Ich zeige dir auch, wie du mit Retriever Augmented Generation, REC, deine KI-Anwendung noch leistungsfähiger machst, indem du präzise Informationen aus externen Daten ablöst. Außerdem tauchen wir das Thema Agentensysteme ein, in welchem du lernst, wie autonome und intelligente Prozesse entwickelt werden können, die sich selbstständig anpassen und adaptieren können. Dieser Kurs richtet sich an Data Analysten, Data Scientists, Entwickler und Tech-Enthusiasten, die praxisnahe Fähigkeiten entwickeln wollen, um eigene Projekte umzusetzen. Ob du Einsteiger bist oder bereits Erfahrungen hast, ich biete dir den Werkzeuger, um deine KI-Kenntnisse auf das nächste Level zu bringen. Starte jetzt deine Reise in die Welt der generativen KI mit Python. Sichere dir deinen Platz und ich freue mich, dich in dem Kurs begrüßen zu dürfen.